Na alle zusammen, mich hier ist wieder Heutschela und schau mich wieder für euch in Battle for S.W.D. unterwegs und zwar wollte ich euch heute also ein kleines Video präsentieren. Heute geht es mal um eine bisschen andere Thematik, denn ich möchte euch eine Hidden Transmog zeigen und deswegen sind wir hier auf der Dunkelmond-Jarmarktinsel. Dort gibt es nämlich eine Händlerin und zwar diese hier, Scharlachrote Rüstmeisterin und da schauen wir mal auf die Karte, wo sich die befindet und zwar hier Untchen. Dann, ich höre euch ja die Kandidaten sagen, bei 5781 auf der Dunkelmond-Jarmarktinsel. Am Rande, wer es nicht weiß, der Dunkelmond-Jarmarkt beginnt immer am ersten Sonntag des Jahres, nein, des Monats und geht dann eine Woche, heißt, ihr könnt einmal am Monat für eine Woche auf den Dunkelmond-Jarmarkt hin. Unter Thunder Bluff ist da, glaube ich, der Horden-Eingang und der Allianz-Eingang ist VSW, also in Elvin, in Goldshire. Ja, ja, genau. Was hat diese Händlerin? Erstmal, wenn wir mit ihr quatschen, gar nichts. Ihr braucht nämlich ein bestimmtes Item und zwar ist es dieser Wappenrock, der schimpft sich, der warmste Scharlachrote Kreuzzug ist. Und wenn wir den anlegen und dann mit ihr quatschen, haben wir erstmal eine Dialogbox, wo wir sie quasi als Schreckenslord bezichtigen können. Da passiert aber gar nichts weiter, wenn wir das machen. Und das andere, was wir haben, wir können Transmog kaufen. Und zwar, ich bin ja mit Main gerade so ein bisschen das eine oder andere Transmog am Zusammensammeln, deswegen bin ich auf den anderen Wappenrock aufmerksam geworden, und zwar diesen hier, kurzer Wams des Scharlachroten Kreuzzugs. Und dann gibt es noch so ein Rüstungspaket, was wir uns danach auch noch angucken werden. So, der Scharlachrote Kreuzzugs-Wappenrock, jetzt müssen wir hier mal ein bisschen was ausziehen, dass wir das vernünftig sehen. Ein Wirtel vielleicht auch nochmal weg. Also den, den ich anhabe, das ist ein langer Wappenrock, wie ihr seht. Also der geht hier bis ganz runter. Komischerweise, wenn man Sachen anhat, dann sieht man das nicht so ganz genau. Und dann gibt es hier den hier, das ist quasi die kurze Version, die kann man sich hier kaufen. Im Endeffekt sind es ein und derselbe Wappenrock, aber lange Version gibt es quasi normal zu erfarmen. Und wenn man die lange Version hat, kann man sich die kurze holen. Und dann nochmal zusätzlich hier ein kleines Set, wenn man denn ein Hunter oder Schamane ist. Da kann man sich nämlich ein Kettenset holen. Und selbiges gibt es dann auch nochmal für den Plattenchar. Da gibt es dann ein Plattenset, auch dementsprechend hier im Style vom Scharlachroten Kreuzzug. So, wo müssen wir uns jetzt als erstes hinbegeben, dass wir den ersten Wappenrock bekommen? Also den, den ich jetzt hier auf dem Twink habe. Gott sei Dank, muss ich sagen, hatte ich den noch angelegt. Ich wollte den nämlich farmen und habe schon x Runs gemacht, denn das Ganze müssen wir uns in einer Instanz erspielen. Und die Instanz ist hier in die Scharlachroten Hallen. Und dann haben wir hier den Boss Waffenmeister Harlen. Das ist der zweite Boss in der Instanz. Und den müsst ihr umhauen und da kann es droppen. Und das habe ich jetzt hier schon mal rausgesucht auf WoW Head. Da haben wir diesen Wappenrock. Und wie ihr seht, droppt er hier von dem NPC zu 1,7%. Ich glaube, ich habe schon 50, 60 Runs mit dem Main gemacht. Habe blöderweise den Wappenrock nicht bekommen. Und dann habe ich nochmal nachgeguckt. Ich habe da so ein Add-on, das nennt sich Alchoholic. Und habe gesehen, ah, ich habe diesen Wappenrock auf dem Twink rumliegen, den ich halt fünf Jahre nicht oder Ewigkeiten schon nicht mehr eingeloggt habe. Und da war er dann noch rumgelegen und konnte mir das weitere Farm sparen. Genau, ich würde sagen, wir kaufen uns jetzt mal die zwei Wappenröcke. Für Leute, die jetzt nicht wissen, wo die scharlachroten Hallen sind, wir müssen hier einmal hochgehen und zwar nach Tirisfal. Und hier ist der Instanzeingang, hier oben bei 81, 33. Da geht er rein und es gibt links einen Eingang und rechts. Und den rechten Eingang müsst ihr reinlaufen. Ihr könnt es normal farmen, ihr müsst da nicht im HC reingehen. Gut, okay, soviel dazu. Jetzt kaufen wir uns mal die beiden Sachen. Kostet aber hier, also der Wappenrock kostet 25.000 Gold. Und ja, dieses, ja, diese Komplett-Items hier kosten nochmal 10.000. Das kaufen wir uns jetzt auch mal. Für mich war der Wappenrock wichtiger. Das war das eine der letzten, die mir noch gefehlt haben. Jetzt kaufen wir uns das Set. Schauen wir mal, ob wir das auch als komplettes Set hier drin haben. Ben, jetzt muss ich mal gucken, ob das irgendwo hier aufgezählt ist. Weil mit dem Hunter habe ich nicht sonderlich viele Sets, wie ihr seht. Ne, ich sehe jetzt hier leider kein komplettes Set. Schade, ich hatte schon gehofft, dass man hier ein komplettes Set rausziehen kann. Ausgeblendet habe ich auch nichts. Dann können wir ja mal gucken, ob wir uns das Einzelne irgendwie ja transmoggen können. Das möchte ich nämlich jetzt noch kurz machen. Und zwar nehmen wir da das Jack. Da haben wir ja einen Transmogger dabei. Und dann schauen wir mal, dass wir das mal alles hernehmen können. Ach, der hat sogar auch die Schultern ja schon passend an. Jetzt gucke ich bloß mal, wie die ganzen Items heißen. Ob wir das irgendwie schnell rausfinden können. Also hier ist es leider auch nicht dabei. Schade. Also das wäre cool gewesen, wenn Blizzard da ein Set draus gemacht hätte. Aber ja, sollte leider nicht sein. Gut, wir müssen mal gucken, ob wir hier einen Gegenstand finden können. Ach, die Brust habe ich ausgezogen. Ups, ich muss das ganze Zeug natürlich wieder anziehen. Ich will natürlich jetzt auch sehen, wie das Ganze aussieht zusammen. Beziehungsweise wir können es auch, glaube ich, so in einem Vorschaufenster machen. Dann haben wir es vielleicht schneller, dass ich es mir in einem Vorschaufenster angucke. Ah ja, perfekt. So sieht es aus quasi. Also der Kopf gehört natürlich nicht dazu. Aber zumindest die anderen Teile. Wir haben hier einen Gürtel, wir haben hier Hosen, wir haben hier Hände. Und ich meine, die Schultern haben auch dazu gehört. Also Brustharnisch haben wir, Gürtel haben wir auch, Stulpen und Stiefel. Ach nee, warte mal, der Ding gehört nicht dazu. Jetzt setzen wir es nochmal zurück. Nicht, dass ich was Falsches sage. Also die Schultern passen zufällig auch dazu. Das sind, glaube ich, sogar die aus dem Scharlach-Roten-Kloster nachempfunden. Das sind ja diese Erbstück-Dinger. Und die passen zufällig da noch mit rein. Jetzt klicken wir nochmal alles an. Hier fürs Transmog. Dass wir es mit dabei haben. Ah, ich kann auch aufs ganze Set klicken. Ah, okay, das geht auch. Also so würde es aussehen. Die Schultern können leider nicht dazu. Und der Kopf auch nicht. Aber, und natürlich der Rücken auch nicht. Aber so sieht es auf jeden Fall schon ganz cool aus. Man könnte dann halt noch irgendwas anderes mit drauf transmogen. Aber wenn man so ein Scharlach-Roter-Krieger sein möchte, ist es bestimmt eine ganz nette Geschichte. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das Plattenset aussieht. Also da gibt es auch nochmal eins. Ich vermute, dass das auch ähnlich in die Richtung geht. Dafür müsste man dann aber auf dem Plattenschar dementsprechend auch nochmal den grünen Wappenrock sich farmen. Also den, den ich jetzt hier ursprünglich anhatte. Hier den warmsten Scharlach-Roten-Kreuzzugs. Und dann könnte man sich auch noch das Plattenset kaufen, wenn man es auf dem Plattenschar hat. Worry oder DK, Parler, sowas in die Richtung. Genau. Das war es soweit. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen, der sagt, hey, ich wollte schon immer mal ein Scharlach-Roter sein. Und dann sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tjela. Bis dann. Ciao.